Kreativität ist die intrinsisch motivierte Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen, das nach normativen Gesichtspunkten ein... Absolut kein Problem, Baby. Betet mich an! ...einen Nutzen hat oder Sinn macht. Aufstellung, das klingt doof! Kann sich mit so einem Scheiß hier mal irgendjemand anders auseinandersetzen? Das Ende der Welt ist gekommen! Arsch du Idiot! Kannst mal Reike zu mir sagen! Mich erschrickt heutzutage so gut wie nix mehr. Und deine Mutter! Gott, ich hab's gewusst! Deine Mutterwitze sind voll 2009. Ich habe die Zeit angehalten! Ich habe die Zeit angehalten! Los! Oh mein Gott! Er ist dein Vater! Hm? Nicht! Halt! Das ist der neue geile Shit! Jegliche Ähnlichkeiten mit eventuell bekannten YouTubern sind wie immer rein zufällig! Gar nicht! Engelisch! Du bist der Mann! Dann habe ich mich zusammen! Du bist der Mann!